da ich so viel titan noch übrig habe oder was könnte ich noch ein nettes bauen hier suppenkessel exotisches horn es sagt mir legendärer trinkkehl zerbaus statue das horn habe ich gebaut das macht wie viel macht das horn hier das macht sechs oder anstelle das auch bitte noch auf der meerdeko braucht die welt erst einmal dann pause wo habe ich was ausgebuddelt ernsthaft also ja schön dass es hier so viele mauersteine gibt aber den ort finde ich jetzt nicht wirklich lebensbedrohlich okay ich habe noch wieder zwei weitere mindestens ein bling habe ich ein orkhäuptling der wiederum könnte gefährlich werden so können die jungs keine ein zweiter orkhäuptling mit einem orkh als begleitung auch nicht so sehen aber ja wo ist jetzt mein level 15 ernsthaft wo ist die schildwache da ist die schildwache ist noch level 14 okay das heißt ich sammle mal meine elite zusammen zum orkhäuptling töten der war hier so das war ja schon mal nicht schwer und wenn wir es gleich noch effektiv machen wollen geht ihr bitte darüber und tötet das was hier drin lebt auch noch und als arioten finden wir obsidier wo ist jetzt wieder ein zwerg gestorben ach hier welcher gräber war das war das der schwache der nichts kann bitte ja das war der nichts kann danke die habt ihr habt ihr schon leer geräumt sehr gut und ich weiß zwar gar nicht warum aber ich hatte gerade gut das heißt meine beiden wo sind sie denn jetzt ernsthaft wo zur hölle ach da meine schildwache mein schildträger legt sich mit dem orkhäublein an das sichert ihm die beförderung komm noch einmal ordentlich zu so für tapferkeit vor dem gegner beförder ich dich zur unsterblichen ja dramatischer kann man sich ausdrücken wow ist hier drachenblut und ja tülülülü weg mit dem noch ein ork nein du tötest mir jetzt nicht schon wieder ein gräber so und ich weiß immer noch nicht warum meine frames gerade so einbrechen ich habe doch nichts im hintergrund laufen ja irgendwas verlangsamt mich gerade hier ich hoffe was auch immer das ist es geht wieder weg ja du bist immer noch da schnapp ich mir am besten dich und dich dass ihr beide den da zusammen auseinander nehmt tja wo kann ich jetzt weiter runter eigentlich nur hier und ganz ehrlich ich gebe mal ein bisschen voll stoff und warum nicht noch mehr drachenblut sammeln ich merke gerade die blauen wehren tun meinem stein nicht so gut deswegen weil wir genug gold haben kaufe ich mal steine und verkaufe dafür holz so und noch eine solche etage mit spinnen ich schnappe mir einfach mal was ich so kriegen kann an militär und jetzt die mal auf diese spinnen hier und vielleicht speichere ich mal der frame drop macht mir nämlich etwas sorgen ja port ich ruhig hier hoch und dann lassen wir euch mal hier los dass ihr hier alles freiräumt ein handwerker zwerg naja gut den brauchen wir nicht so unbedingt aber au das hier unter uns sieht jetzt aber wirklich mal wichtig aus und weiter wüsste ich auch nicht wo wir hinwollen sollten weil ich habe jetzt wirklich vielleicht den grund erreicht ja also einfach grad aus runter so dann geben wir mal wieder stoff so oder sind wirklich die ganzen trainierenden zwerge hier schuld dass es gerade leckt jedenfalls habe ich schon wieder mal meine forschungen alle abgeschlossen jetzt sieht es aus als würden nein einer ist auf dem weg hier runter durch das ganze durch die ganzen wuselgänge aber ja das sieht wirklich jetzt wie ein thronsaal oder so aus nein ist es nicht und ich habe immer noch leck aber was für ein leck ey jetzt habe ich nur noch 16 17 fps jetzt ist es wieder auf 20 hoch jetzt auf 30 ernsthaft was geht denn hier jetzt ab ey ähm warum stürzt du schon wieder ab okay sorry leute das kann ich nicht so nicht antun spiel speichern ok ich gehe jetzt kurz zurück zur welt und dann gleich wieder hier rein also sehen wir uns gleich wieder so ich hoffe mal dass jetzt alles ja jetzt läuft es wirklich besser hoffen wir mal dass das so bleibt und ja es gibt doch noch genug räume hier zum auskundschaften und ich habe zu viele forschungspunkte ja wie komme ich da am besten in den raum am besten in dem ich mich hier irgendwo runter buddel so 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 passt schon gut dann schnapp ich mir mal mit der zwerge damit wir die orcs ausreichern können die hier unten ihr unwesen treiben oder der thronsal ist hier hm weil ich habe mich ja jetzt gut hier runter gebuddelt so die power orcs sind echt kein problem für uns ja da kommt der gräberzwerg gehe ich mal wieder auf speed dass wir vielleicht die mission heute mal schaffen hm ok ok äh irgend einer ist in gefahr achso der aber der ist ja gleich dran so so gucken wir mal was wir hier ausgebuddelt haben nur ein orc häuptling der ist nicht so wichtig na hoch zum könig so so